willkommen zurück wie heute seid gegrüßt zu einer neuen runde ls 22 auf der nordbrisischen marsch vielfach natürlich hier auf youtube am ersten weihnachtsfeiertag glaube ich also auch heute natürlich frohe weihnachten lasst es euch gut gehen und im kreise wie auch immer der eine feld oder andere so deswegen kann man das gar nicht pauschal sagen aber jeder so wie er es möchte jeder so wie er es dann mag und so weiter und so fort so wir sind ja immer noch dabei hier wird gedroschen mit zwei dreschern horseplay drei autodrive abfahrer also eigentlich guckt man nur zu und chillt ein bisschen nach dem bestfalle das läuft bei mir sonst auch anders also viele die mich schon länger verfolgen wissen es gibt auch häufig natürlich ein paar chaos aktion wo es gibt so tage läuft sind einfach nicht dann blockieren sich gegenseitig der eine fahrer nervt hier der andere fahrer nervt da es gibt auch so tage da läuft eigentlich alles relativ reibungslos und gut und mit der hilfe der community kriege ich auch immer mehr die richtigen einstellungen hin bei autodrive und kurs play so dass es wirklich schon gold wert ist man steht hier an oft in den nächsten wochen ist natürlich auch noch vielleicht noch mal interessant relativ viel schulden aufgenommen um neues feld zu kaufen was hier gerade bewirtschaftet wird 54 müssen natürlich etliche neue felder demnächst angepflanzt werden aber es wird auch noch einiges erntereif da haben wir im wachstum zum beispiel noch hirse hirse brauchen wir ja gerne für die zuckerfabrik um melasse herzustellen und für die malz produktion um hirse malz herzustellen malz produktion bedient dann später wieder die brauerei um bier herzustellen ich meine die meisten von euch werden es wissen aber vielleicht sind einige neue dabei ich weiß nicht ob die bier produktion auch schon bei der sophie zum beispiel läuft keine ahnung hier kann man ein bisschen bier herstellen und natürlich gewinn bringt an den örtlichen verkauf stellen verkaufe weil die hat nämlich also die sophie macht so multiplayer projekt meine ich da so community multiplayer streams geschichte oder server geschichte weiß gar nicht wie viele damit spielen aber es sind schon viele die da auf der nfmarsch glaube ich spielen oder seid ihr schon auf einer anderen karte gelandet ich weiß nicht genau auch für multiplayer ist natürlich die nfmarsch im vierfach schon sehr gut geeignet viel genug platz für unterschiedliche höfe viel platz für produktionen aber natürlich gibt es noch andere große vierfach karten aber wenig die komplett so gestaltet sind eben und auch wirklich den letzten meter land ausgenutzt haben zwischendurch greife ich gerne mal selber ein weil ich dann in der meinung bin ach die stehen da nur rum und machen nix und dann gibt es meistens chaos noch mal alle fahrzeuge durch dem wollte ich nämlich jetzt den möchte ich jetzt gerne einmal selber voll machen ich denke er kommt mit 30.000 litern ist ja schon gut gefüllt wenn wir da vorne jetzt den case einmal ansteuern bevor ein anderer automatisierte abfahrer kommt wenn wir den los schicken und haben weniger standzeit dass nachher vielleicht alle abfahrer unterwegs sind wenn wir alle tasche voll sind und wir sind und bleiben auch damals das freut mich heute ja und für die gibt es irgendwie noch nicht die not da ja ein endprodukt ist daher hängt da noch niemand und dran ok ja und ich komme bei der produktion jetzt am donnerstag gibt es ein update weil ich auch mal interessant also jetzt kommenden donnerstag aus zwitschleifstuen sicht gibt es eine version ich müsste selber reingucken wo ich jetzt hängen und produktionspack version muss ich selber reingucken wo ich jetzt hängt glaubt 222 merke ich mir so auch nicht muss ich im zweifel auch nicht sondern muss natürlich dann nur benennen wenn ich es dann veröffentliche zwei neue produktion stätten sind auf jeden fall dabei der dritte werde wahrscheinlich nicht fertig kriegen und zwar neue ist auch immer anders genau die ende von 16 fach wird sich ja schon häufiger gewünscht habe ich immer gesagt kann ich nicht schaffen da ich nicht ausschließlich von youtube twitch und was auch immer lebe familien vater bin hier und wir ein haus haben brauchen wir irgendwas zu tun ist und ich ja auch noch angestellt ist sozusagen so eine halbe stelle angestellten verhältnis arbeitsverhältnis habe ist das nicht wirklich zeitlich realistisch eine schöne 16 fach karte zu gestalten obwohl natürlich träumt man mal davon so nach dem motto über eine 16 fach marsch zu fahren alleine von einer seite zur anderen wie man dann wie lange man dann unterwegs wären wie das ganze rundherum wo noch gestaltet wäre also klar es ist interessant aber zeitlich schwierig so schwierig bis nicht machbar für mich wer weiß was in ein paar jahren ist man weiß ja nie wo die reise hingeht der sammelt und lädt ab das funktioniert die leute also dafür auch danke für die hilfe hatte die richtige intuition aber muss ja auch funktionieren scheint zu funktionieren dann haben wir glas kann das auch schneller sammeln lassen weil er ist noch auf zwölf von habel grenzen die minuten noch 120 euro macht er machten vorgegangen die vielleicht mehr sind aber er kämpft sich von alleine ich weiß nicht war der helfer das passt ja auch wieder gerade sondern gerade da wie das macht das jetzt an der zu viel geschwindigkeit was sagt er ist das auch mit lernt oder was ja nicht nicht der design also weil er jetzt auf einmal mit 20 km h fährt dass er einen graben genannt ist also vorher bei 12 km h nicht gemacht hat war er immer auf 14 sind so ein mittelding ist ja auch nur ein kleines feld gras anpflanzen das gleich durch damals auch geschafft unser ziel ist es halt dass die höfe viel miteinander handeln wir sind 17 spiele auf 16 16 das war ja das macht auch mal spaß also wir haben ja auch so ein multiplayer server die wochenspielstand nennt sich das ganze da sind auch eben halt die die überwiegenden mitspieler die hier ja auch die sich da täglich treffen und zusammenhalt auf der marsch zocken was das schöne wenn man auch guckt so wie viele leute auf der marsch spielen wie viele spielstunden man sozusagen oder schöne spielstunden der community allgemein damit liefert das ist immer schon das ist aber immer cool ein zurück willkommen zurück auf 16 fach brauchst du auch haben heute spielt spielt auch multiplayer mit einem anderen vier fach auch gut so schön ist es immer ein bisschen abwechslung das ist ein abfahrer da hinten ist der lkw und der wende gerade um kommt er wahrscheinlich bald rest und 64 ok und 16 ist immer schon hart ne 64 weiß ich nicht ob das not tut ist halt eine ziemlich große welt ne aber es wird ecken geben wo der normale spieler nie hinkommt und dann denkt man sich oder hast du das mühevoll gestaltet hast hier noch ein paar blumen gemacht da ein paar büsche hier ein bisschen grasdeko und da noch was schönes das sieht nie jemand weil auf eine 64 karte 64 fach kannst du gar nicht alles sehen also eine vierfach karte würde ich schon behaupten dass fast also es wird bestimmt immer noch eine stelle in ort geben die man nicht gesehen hat und deswegen sind diese collectables ich weiß nicht ob ihr die multiplayer mal gesammelt habt diese sammelstücke mit der sophie die schule vielleicht wie war das als als püppige als püppige tater nerd ne war glaube ich das ist der spruch das würde ja passen für sie dass sie die schuhe mal sammelt oder auch die ganzen paletten dass man mal auf die ganzen elf marsch grundstücke kommt dafür ist das ganze ja auch gedacht oder auch die die münzen eben die es zu finden gibt also die ganzen collectables eben um mal ein bisschen rum zu kommen auf der karte ist jetzt gar nicht nur um damit irgendwie eine halbe million geld zu verdienen sondern einfach auch dass man mal ein paar ecken sich anguckt wo man sonst nie war weil es ist natürlich schon wenn man so überlegt die grundstücksgestaltung man kann einfach überall nur ein haus finden das ist häufig auf diesen großen karten das ist ja einfach hingeklatscht das ist ja selten richtig liebevoll detailreich gestaltet natürlich ist auf der marsch vielleicht auch nicht jedes grundstück endmäßig ausgestaltet und man könnte noch mehr machen was man auf einer standard karte wahrscheinlich auch definitiv hinkriegen würde aber wenn man sich hier ist aber nur mal als beispiel irgendwie so unseren garten mal anguckt teilweise wie die denn gestaltet sind das hast du auf einer 16 fach karte in der regel nicht da sieht das alles ein bisschen liebloser aus und wenn man sich das ganze hier so angucken das ist ja mal hier die palette können wir gleich sammeln ich war nämlich hier in meinem spielstand auch noch nicht und so macht es auf jeden fall sind die karte auch kennenzulernen und sich genau anzugucken wenn ihr es noch nicht gemacht habt lauft mal rum jedes grundstück hat irgendwo eine palette versteckt teilweise leicht zu finden teilweise nicht so leicht ich habe es auf jeden fall auch schon wieder vergessen wo die alle sind ich weiß auch die paletten versteckt da steht sie doch kleiner spoiler für zwei stücke es gibt wenn ihr irgendwann die hoffnung verliert und irgendeine nicht findet gibt es auf meinem youtube kanal natürlich auch passende videos dazu alle collectibles der end of marsch einmal die schuhe und die münzen die shelly schuhe und die goldmünzen und die leerpaletten es gibt bestimmt noch ein oder zwei die es noch nicht wussten das ganze baut sich dann im shop auf damit man dann später auch sehen kann ob man alles gefunden hat ich zeige euch auch gerne nochmal für die die es nicht wissen weiß für viele ist es langweilig ihr wisst es schon aber für die die es nicht wissen es gibt für alle drei sammlerobjekte hier die gegenpart also hier sind die goldmünzen wenn das regal voll ist habt ihr alle gefunden wenn das schuhregal voll ist habt ihr alle schuhe gefunden oder wenn ihr alle grundstücke besucht habt und jede jedes auf jedem grundstück eine palette gefunden habt ist das regal voll also hüppchen getarrter nerd ja genau war das ja wie gesagt mir positiv aufgefallen logischerweise als nf marsch spielerin kann ja nur kann ja nur positiv sein meistens ja auch die große community auf twitter auf jeden fall ne und relativ neu auf youtube hatte ich mal mitgekriegt dass sie irgendwie das hat es auch geschrieben wenn 24 stunden live stream macht ich meine sie ist auch ein bisschen jünger ne da kann man das ich kann mir das nicht vorstellen dass ich mich hier 24 stunden hinsetzen 24 stunden streame weiß ich nicht 10 stunden habe ich mal gemacht ne ich fand das war schon schon aber jetzt 20 stunden alle achtung für die dies können ab 24 stunden dann musste auch den schlaf stream sozusagen oder was letzte laptop weil oder eine reine gut bei 24 stunden die darf ich die noch wirklich 24 stunden durch machen aber es gibt ja auch diese anderen streamer die wirklich dann einfach nur stream anhaben und schlafen ja macht halt gern allgemein simulatoren finde ich sehr sympathisch auf jeden fall habe ich tatsächlich auch ein follow da gelassen mache ich auch nicht häufig weil ich selber ja auch nicht dazu kommen aber sie hat auch ein follow gut geschätzt einmal die woche im ls oder wix weiter weiter erste 24 oder recht hart glaube ich und du hast auch mit mit durchgeguckt habt ihr dann auch mit durchgeguckt tatsächlich 24 stunden oder das glaube ich also da der harte community zieht dann mit ja sehr nice erste aktion auf jeden fall das war glaube ich für die ersten youtube für die ersten 1000 abonnenten auf youtube glaube ich ne hat sie in 24 stunden zu gemacht von 8 bis 8 ja schöne aktion kann man machen weiß nicht was sie überhaupt sie hier koffein getränke sich gönnt oder kaffee oder hier energy drinks oder hast du nicht gesehen wie gesagt ich hab den stream nicht gesehen aber respekt für den der sowas macht aber bringt ja auch was ne also es ist ja auch die community wächst ja auch gerade wenn man so 24 stunden live ist da schon einiges am starten viele neue leute der hängt aber auch schon wieder blöd hier im graben was ist denn jetzt los das klappt ja gerade eben gut das ist so dieses man darf das nicht sagen man darf einfach nicht sagen wenn es gut läuft weil dann läuft es danach nicht mehr gut ist da auch nicht mehr ist ja ich habe den starken baum aber nicht aktiv ne ob die super stärke für den reicht hat auch nur eine reihe mehr geschafft ich stelle das jetzt gleich mal wieder auf 12 kmh vielleicht war es auch ein Zufall, dass das am Anfang funktioniert hat hier sind wir auf feld 10 unterwegs das sind meine ganzen Kursplay Kurse hier düngen für jedes Feld, das ist so praktisch mit Kursplay für jedes Feld habe ich mittlerweile einen Düngerkurs man kann die Kurse von mir auch runterladen so ein Single Spiel oder was auch immer, wenn man das mal testen möchte ich bin jetzt aber in der Aussaat und bin auf feld 10 mit 15 m, Kurs laden, aktivieren, zurück jetzt sage ich im ersten Drehpunkt zum ersten Drehpunkt, den ich mal irgendwo auf dem Feld definiert habe fängt an auszusehen und wenn er nicht hängen bleibt was natürlich auf der Karte mal passieren kann ist auch leichter auf der Onik reden klar, ne, der Platz um die Felder rum aber einfach kein jeder der Freund hat sich um Essen und Getränkungen gekümmert und sie sich um uns ja guck, passt ich habe auch von meiner Frau frischen Kaffee gekriegt selbstgebackene Kriegsgeschichte schon von heute zum probieren und von daher, Prost doch mal auf alle die dabei sind und ja hier am vierten Event am Sonntagstein dabei waren fast fünf Stunden das finde ich auch schon die gute, weil sonst haben wir meistens nur vier Spenden aber zwischen den Tagen, ihr wisst es und Weihnachten ist nicht ganz so viel Zeit für Streams und für YouTube Folgen und damit trotzdem auf YouTube täglich soll nur bald zwei Folgen kommen von dem Projekt ähm, bin ich natürlich jetzt auch gleich so weit, dass man sagt, okay das war's denn sozusagen für heute aber die letzten Minuten noch einen Keks und probieren was ist das? was ist das für einen Keks? so kommt schon wieder ein frischer, neuer Keks sieht so aus so ein Kringel irgendwie zwei unterschiedliche Teigsorten wohl zusammengerollt klein geschnitten und gebacken ist sogar noch warm nicht ganz so trocken wie der andere na Panic Pity, das würde ich auch nicht pauschalisieren ach guck mal, jetzt fährt er die leere Bahn von dem Keks von vorhin, ne? also wir können mit dem einmal zum Ende durchfahren muss er jetzt nicht die ganze Zeit umsonst fahren das ist, vorhin hatte ich den Eindrescher einmal falsch eingestellt deswegen ist hier eine leere Bahn die er jetzt abfahren würde das kann man einmal schnell ändern wenn man zur anderen Seite fährt ich wollte doch Teig naschen wer mag auch gerne Teig naschen aber man soll sich ja immer ein bisschen zurückhalten sogenanntes Schwarz-Weiß-Gebäck das machen wir gleich auch noch, okay also Shelly wollte gerne vier oder fünf verschiedene Keksorten backen das vergesse ich auf jeden Fall Panic Pity bin zu alt und hab zu viele andere Sachen im Kopf da, hier und da und da und hier und da und dann kannst du nicht mehr alles gemerkt da ist es beruflich dann auch einfach immer zu viel Geschichten, die man da alles um die Ohren haben muss das nur hier beim, ne? beim Spielen so, dann würde ich hier wieder einstellen bin also auf der richtigen Bahn und werde nicht doppelt fragte der, der sieben Jahre jünger ist ja das liegt der eine kann sich vielleicht besser merken als der andere man weiß es nicht aber es war doch leichter als gedacht weil ich nicht noch wirre andere Einstellungen machen musste und irgendwie funktioniert es doch dass der Kaltstreit sich aufgefüllt hat wie viel Dinkel ist schon im Silo? sollen wir das mal abschließend gucken? die letzte gute Aktion für heute liebe Leute denn auch ich mache Feierabend noch regt jemand online auf der NF Marsch wo wir hinraiden? nö, ne? dann mache ich kein Raid ich mache nur Raid zu NF Marsch spielen Bergmann nähe ich bin sie auf Bergmann nö, nö also Dinkel mittlerweile 265.000 Liter aber da kommt noch ein ganzer Schwung, ne? ich denke auch, dass noch ein bisschen was in den Anhänger schon drin ist guck mal hier 40.000 hier 40.000 also knapp 90 beide zusammen und der hat nix ein erster Drescher also 100.000 nochmal mehr also 360 oder was auch immer haben wir dann schon und ein bisschen kommt noch dazu machen wir dann beim nächsten Stream zu Ende das wird es am Donnerstag sein mit der nächsten NF Marsch Version und mit dem Produktionspack Update also liebe Leute Platz Feind TV spielt auf der Marsch na dann probierlich gut liebe Leute von daher sage ich vielen Dank fürs Reinschalten wünsche euch einen schönen Sonntag macht's gut bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017